Herzlich Willkommen zu einem neuen Produkttest. Heute stelle ich euch den Worx Landroid plus WR165e vor. Am Ende des Videos zeige ich euch noch einige Produktbilder von zufriedenen Kunden, also bleibt gespannt. Den Link zum Produkt mit Rabatt und Kundenbewertungen findet ihr in der Videobeschreibung. Der Worx Landroid IN165e ist ein leistungsstarker Mähroboter, der speziell für kleinere bis mittelgroße Gärten entwickelt wurde. Mit einer Mähkapazität von bis zu 500 Quadratmetern und intelligenten Navigationsfunktionen sorgt er für einen perfekt gepflegten Rasen, ohne dass ihr euch darum kümmern müsst. Ein besonderes Highlight des Landroid ist seine Smart-Mähtechnologie, die Hindernisse und enge Passagen automatisch erkennt und umgeht. Dadurch wird auch in komplexen Gärten eine gleichmäßige und effiziente Rasenpflege gewährleistet. Dank der Cut-to-Edge-Funktion mäht der Roboter besonders nah an den Rasenkanten, sodass weniger Nacharbeit notwendig ist. Der Worx Landroid lässt sich über eine benutzerfreundliche App steuern. Mit dieser könnt ihr den Mähplan anpassen, die Mähzeiten einstellen und den Roboter bei Bedarf sofort stoppen oder starten. Die App bietet zudem regelmäßige Updates, sodass euer Mähroboter immer auf dem neuesten Stand bleibt. Der Mähroboter ist wetterfest und kann bei jedem Wetter eingesetzt werden. Auch bei Regen setzt er seine Arbeit fort, ohne dabei Schaden zu nehmen. Die leise Arbeitsweise sorgt dafür, dass der Landroid Plus niemanden stört. Ideal für den Einsatz in Wohngebieten. Zusammengefasst ist der Worx Landroid Plus WR 165e eine hervorragende Lösung für alle, die einen gepflegten Rasen möchten, ohne selbst viel Aufwand betreiben zu müssen. Mit seiner smarten Navigation, der praktischen App-Steuerung und der effizienten Mähleistung ist er ein verlässlicher Helfer im Garten. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.